Was geht? Willkommen zurück zu Xenoblade. Ich habe gesagt, wir machen hier weiter und hier sind wir. Hier geht es jetzt weiter. Oh, hallöchen, bist du Saman? Okay, ich habe ja gesagt, alles was nicht übersetzt ist oder vertont ist, wird übersprungen. Weg zum Schloss, let's go. Kurz gucken, ob ich... Hä? Wo muss ich lang? Ich habe es leider aufgeschrieben, keine Zeit gehabt zu zocken. Deswegen hier alles noch nicht erforscht. Kann man im Aufzug eigentlich springen? Eine Million Euro Frage, kann man im Aufzug springen? Alter, was ist das denn hier? Lass eine Wette machen. Über was? Skopple ist spielsüchtig. Aber wir haben lange nicht mehr gewettet, da hat Skopple eigentlich auch recht. Wir werden morgen mal wieder ein bisschen wetten. Wir werden morgen wetten, weiß ich nicht, ob ich vom Hai sterbe oder überhaupt sterbe. Wir werden morgen richtig schön wetten. Wir haben morgen richtig schön wetten. Weil man im Aufzug springen kann. Nachdemonaahan Tan bei mir ist der Tag noch gut. Na den Tag, wo chir ist der Tag noch five. In der Tag Nummer жиз teusen muss sich nicht mehr wetten. Na, mal gucken, wer mit dem Wetten will. Also ich rede jetzt nicht über so einen Rentneraufzug, sondern so einen richtig schnellen, so einen Dubai-Aufzug, ne? So einen Dubai-Aufzug, der wirklich schnell nach oben geht. So einen, der mit 60 kmh lang brettert. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht geht, weil du kannst ja auch... Hm, ich weiß nicht, ob das geht oder nicht. Aber würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Das Material-Storage-Aufzug ist außerhalb der Stadt, nicht wahr? Warum haben sie es nicht nahe, denkst du? Vielleicht hat es mit dem, was Timner gesagt hat, über die Stadt Rival... ...Aktions. Ich habe das Spiel schon geändert. Skopel, du musst bei Denken, bei Wetten ist es eigentlich meistens so, oder so als Faustregel kannst du sagen, 15-20% der Zuschauer wetten. Je nach Thema. Und wenn wir 15 Leute sind, heißt das, das machen 3 Leute mit bei der Wette. Ja, aktuell lohnt sich das nicht. Das lohnt sich nur bei so einem krassen Stream, wie wir bei Mario Kart hatten oder bei Xenoblade. Oder auch als wir Eldenring gespielt haben, da ist das dann auch witzig. Wird wieder kommen, vermehrt demnächst, versprochen. Es wäre schon öfter so, dass wir mal die 20-30 Zuschauer-Marke brechen, da können wir öfter mal Wetten machen. Was mit Tayon? Wieso ist Tayon tot? Die Satisfying die Sound sind, ne? Die Satisfying die Sound sind. Die Sounder sind nicht so, dass sie ein Schilder sind, wenn sie ein Schilder sind. Wie ist die Idee für eine Schilderung in den Schildern? Sie haben sie gehört, was sie in ein Schilder zu haben? Ich weiß nicht, dass die Info nicht leckte. Oh, das könnte heißen. Hättet ihr eigentlich auch Bock auf einen IRL-Stream, wenn ich mal im Urlaub bin oder so? Oder unterwegs bin? Erlanger Clickbait. Clickbait nennt sich das. Was soll ich denn reinschreiben? Wir machen eine öde Mission und es wird ganz langweilig. Hier gibt es nichts zu sehen. Gehen sie bitte weiter. Nope? Was heißt Nope? Nope zu IRL-Stream. IRL im eigenen genug. Ein Stoppel IRL-Stream sehen sie. Kein Hot-Tap-Rack für gespielt. 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 Was? Schiff-Ether-Zylinder 3x99? Let's get back to Mr. Salmon. We've been to quite a few places now. Hä? Wo soll ich denn jetzt hin? Ach, das macht mir nichts mit der Augenklappe. Ach. Ihr sagt aber auch nichts, ne? Ihr sagt auch nichts. Schiff-Ether-Tap-Rack für gespielt. Job well done. Someone pull all nighter to install. Expect to be ship-shaped by tomorrow morning. So soon? Someone never flounder. Always get job done. Thank you so much. Thank you not necessary. Someone is fixer-upperer by trade. What's that? Ah, this is Ultimate Vessel. Ultimate Vessel? That right. Even Vortex in Raging Greats see not slow advance. It go down in history as Queen of Boats. Still work in progress, but sure to bring to fruition someday. It's Salmon's dream. Wow. 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 I hope we can decide where we're headed. I hope we can decide where we're headed. Alle wollen sie quatschen. Das ist alles fertig. Wauw, fantastisch! Okay, ich werde dir die nächste. Ich habe sogar die Materialien und Sachen gebracht. Ich mache mir etwas mega cool, ja? Ja? Ja. Welche Art von Blatt willst du? Sword? Schmuck? Fäste? Okie dokie. Hey. Hm? Wenn wir uns nicht zu kämpfen, denkst du, das könnte Jorunn sein sein? Jorunn? Was hast du wieder zu trainieren, nur um das zu arbeiten? Nein, ich habe keine Angst. Ich habe nur eine schlechte Haare. Ich habe auch eine Anmerkung. Entschuldigung? Keine Person hat das für dich, richtig? Ich habe es gewohnt. Okay, es ist fertig. Ich habe es gewohnt. Entschuldigung. Entschuldigung. Ist das... ... ... Wer ist das? Lanz? Das ist Uni. Und das ist Noah. Hey! Das sieht genau wie ich. Good job, matey. Huh? Ich liebe es, Jorunn. Ja? Ja. Wir haben keine Talenten. All das können wir machen, ist schreien und schreien uns. Aber du kreierst Dinge. Hey, wer ist das? Wir kennen jemanden wie das? Das sieht echt schwer aus. Das ist... ... ... ... ... ... Was? Das ist du. Das sieht nichts wie du. Ja, aber... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Wieso tragen die eigentlich alle baufrei? Also nicht nur die Juni, sondern auch Lanz und Noah. Und der Dicke nicht. Guck mal, der hat baufrei. Wie sieht das denn aus? Sein Oberteil ist ihm zu kurz. Ah. Next time we'll think twice. About who really needs punching. Yeah. Yeah, I hear you. Alte Schwede, die soll 10 sein. Oder ist es so, dass die ab einem bestimmten Alter erstmal aus diesen Inkubatoren da rauskommen und dann nochmal 10 sind? Sie sind alle 18. Ah, dann ist er gut. Bailey? Wo ist Bailey? So sah du es? Hm? Dein Husten. Dein Husten. Du hast es gesehen. Wie hast du... Deine Augen. Du sahst wie du sahst in dein eigenes Vergangen. Das ist verrückt. Sie leben lange genug und du lernen, wie man das herausfinden. Oh, es hat nicht so lange, wie du denkst. Aber die Leute sagen mir, ich bin ziemlich stark. Das ist alles. Oh, das ist alles. Wenn wir sie hier aufrufen werden, sie werden von den Schäcklen der Flamencloch entfernt werden. So warum dann? Weil das unsere Kampf ist. Wir wissen nicht, wie lange es wird. Und ihre Leben sind short. So du willst nicht mit dem Mixed-Up in alles? Das ist eine Grund. Und die andere? Die Leute müssen lernen, wer sie wirklich sind. Was sie müssen für die Posterität verlassen lassen. Ich will sie in ein Weltraum, der ihnen diese Chance hat. Wie wir uns herausfinden, wer wir wirklich sind? Das von der Husk. Ja. Du wirst dich nicht dort finden. Huh? Du musst nur schauen, den present und den future. Das von der Vergangenheit, das ist nicht du. Du hast nicht das gemacht, und es ist nicht dein. Das gemacht? Aber, schau dir in den Zukunft, und du kannst dich aufbauen, wie du möchtest. Du kannst dich aufbauen, wie du möchtest. Ich kann? Du hast den Macht, um so zu tun. Sei zu dir selbst. Danke. Danke, das ist... Das ist das, was mein Vater immer gesagt hat. Dein Vater? Mhm. Aber es geht für dich, auch. True zu mir selbst. Wir sehen uns. 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 Willst du etwas, um zu testieren? Für wirklich? Good, dass ich früh früh bin. Du möchtest mit cooking? Oh, es hat mich gelegt. Es ist ein Ritual, jetzt. Ich kann wirklich nicht beginnen den Tag ohne einen Pott zu machen. Ich verstehe dich. Ja, zwei Monate, seit dieser Krieg. Ja. Du bist schwer. Keine Worte. Eh? Wir haben von Uni gehört, dass du einfach wie uns bist. Oh, diese Part. Ich habe mich plodiert, zu spielen, aber wenn wir ihn wiedersehen, dachte ich, dass du, nah, schnapp all of this. Ich bin auch Angst, nur so Sie wissen. Seit Monika uns die Wahrheit erzählt hat, ich hoffe, nein, ich bin sicher, dass ich meine Abbey wiedersehen werde. Ich bin so sicher. Es war schwer, nicht wahr, zu hören, das? Ja, aber es ist sicher, dass es die Ignoranz schlägt. Das ist das, was Noah denkt, auch. Du hast als Nails. Was wir nicht wissen, könnte es nicht existieren. Es ist eine offene Worte zu denken, aber es ist nicht richtig. Verzüglich meine Augen nicht bedeutet, dass Schmutz nicht aussehen. Und so, du gehen? Ja, ich werde weitergehen, während meine Flamme immer fliehen, bis zum Ende der Bitterend, mit all of you. Du hast gesagt, es steht. Du hast gesagt, es steht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Das Schloss ruft. Was? Was? 3000 Kilometer? 3000 Kilometer? 3000 Meter? Alter Schwede. Das Schloss ruft. Veli, wo bist du? Das Schloss ruft. 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 Was denn da für eine Seeschlange? Das Schloss ruft. 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 Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das ist schon richtig geil. Good to add more names. There is so much choice. Good to add more names. Wo ist mein scheiß Boot da? Alter, das Gebiet ist ja riesig. Das Gebiet ist ja fucking riesig. Hast du da schon alles hier entdeckt, Erlanger? Okay. 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 Leave it to me. We've never been here before. We'll find a refuel relay base here, right? The security is tight. It would be a bad idea to approach from the front. We wish you to get wrecked. Toll. Hier ist einfach eine Wand. Okay. Okay. We'll keep live to dream. Okay. 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 Das war's für heute. Oh, hey, I found the what's it? You itchina get rekt. Oh, enemies, I'll hold them off. You itchina get rekt. You itchina get rekt. You itchina get rekt. You think you're all that, do ya? You itchina get rekt. In dem Zeitpunkt warst du 67, ich bin auch 57 und ich krieg bestimmt am Feuer noch mal 3 Level also und ich hatte jetzt auch lange Zeit keine Zeit Nebemissionen zu machen alles gut Dramatische Musik Das war's für heute. 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 Oh, das war's für heute. 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 Autopilot. What's für heute. Das war's für heute. Ab... Abgeschlossen. Es ist alles bereit für den Plan Okay, jetzt sollen wir uns erholen und dann geht es weiter Aber weiter geht es ja in der nächsten Folge Leute, lasst gerne ein Like auf dem Video Und bis zum nächsten Mal, haut rein